Hey Leute, ihr habt sicher mitbekommen, dass ich auch ein Hey Shit Ass Video gemacht habe. Die Idee war halt legit gut, aber leider noch nicht wieder reingegangen, schade. Übrigens, bleibt bis zum Ende dran, ich habe was herausgefunden, was noch keinem im Ansatz aufgefallen ist. Es hat auch was mit dem Hey Shit Ass Meme zu tun, dazu aber später mehr. Wer den Meme noch nicht kennt, es ist so ein Minecraft-Dude mit so einem lustigen Face und schönen Haaren mit Seiten auf Kontostand angelehnt. Die Memes fangen meistens mit dem Satz, Hey Shit Ass, Wanna See Me Speed Run? Hey Shit Ass, Wanna See Me Speed Run? Hey Shit Ass, Wanna See Me Speed Bridge? Stupid Bitch Und so weiter und so fort. Der Sinn hinter dem Meme ist, dass der Spieler Shires irgendwas vormachen will, damit er nicht so erfolgreich ist und dass Shires dann am Ende den Player stylt, beziehungsweise das bessere Skills beweist als der Player. Es waren gerade viele Player und Shires, aber egal. Natürlich wäre es nicht ansatzweise so lustig, würde da noch ein großes Detail fehlen. Um das Meme zu verfolgen, muss man die schlechtmöglichste Audio-Qualität bringen, als Motto, je mehr du übersteuerst, desto besser. Nicht wahr, CJ? Ja! Let's go! Wenn man das Meme noch perfektionieren will, kann man natürlich auch die Videobetreise verringern, aber da ist nur Bonus. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen besseren Ausblick und versteht hoffentlich jetzt mit meinem perfekten Erklär-Skills, das Hey Shit Ass Meme. Schreibt mir mal, ob ich mehrere solcher Hey Shit Ass Memes Clip-Videos machen soll. Und wenn ja, gerne auch mit Vorschlägen, was in dem Clip passieren soll. Ich muss die Chance jetzt nutzen, um Inchallah wieder zu gehen. Ja? Also gönnt euch eure. Jetzt gehen wir ein bisschen deeper rein. Fashion Art Iceberg Expand. Das allererste Hey Shit Ass Video kam von dem TikToker Splinky Splunk. Er hat das originelle Hey Shit Ass Wanna See Me Speedbridge Video hochgeladen. Und das am 26. September. What a legend. Hey Shit Ass. Wanna see me speedbridge? Stupid bitch. No, you try it. He's never gonna do it. Bad. You're bad. You fucking sucker. Ein Monat vor dem heutigen Tag. Und vielleicht noch einen Tag dazu. Und vielleicht noch drei Tage dazu, wenn du dieses Video erst zwei Tage später siehst. Oder vielleicht noch acht Tage dazu. Okay, reicht. Vorher hat er TikToks über Dream hochgeladen mit ähnlichem Konzept. Dumm und übersteuert. Ich blende mal hier ein altes von ihm ein. Minecraft World Record Speedrun, Baby. Let's get it, let's get it. This is gonna be easy sauce. Easy. Let's go. Oh my god. We're already in the end. Let's go. How are you even here? You already hit the World Record. This is my speedrun. What the fuck are you doing? Come on Dream, let's be buddies here. Don't walk into the porto, please. Come on. Let's go. Jetzt wissen wir also, das Meme existiert schon seit einem Monat. Wieso ist genau vor fünf Tagen viral gegangen? Das weiß man nicht so genau. YouTube Algorithmus halt eben, ne? Keiner versteht's. Wahrscheinlich hat er einfach Dream in den Text gepackt und hat den Kick seines Lebens bekommen. Ich würde Dream in 1 in 1, by the way. Stylen. Wild Flags. Jetzt muss ich aber noch ein paar süße Baby Katzenbilder einblenden, damit's wieder noch grün wird. Von so viel Shit und Ass sagen. Nicht, dass ich noch wie AVK ende, wobei ich's sogar schon wegen Pepperwoods YouTube Kack zweimal verwarnt wurde. Aber ist auch egal. Mein Cousin, Cousin, wie auch immer man es ausspricht, Kick the Tap hat vor vier Tagen ein Hey Shit Ass Meme Completion wieder aufgeladen. Wegen ihn bin ich überhaupt auf das Meme aufmerksam geworden. Also gönnt ihm doch gerne ein Abo oder Schattenkommi. Würde sich freuen. Ariel Andrus. Auch in der Beschreibung, falls ich es nicht vergesse. Jetzt aber, worauf ihr sicherlich alle schon gewartet habt. Was weiß ich denn über Shit Ass, was sonst keinem aufgefallen ist? Ihr wollt das also wissen. Ihr wollt also wirklich wissen. It's no joke. Okay. Ich präsentiere euch jetzt das Geheimnis, was sich wirklich hinter Shit Ass verbirgt. Und halt euch fest. Es würde schockieren. Hey Shit Ass. Die Legende mit dem Seiten auf Konto stand. Die Legende, die alle stylet. Wer befindet sich hinter Shit Ass war das Gesicht. Hey, ich bin CJ. Ihr habt richtig gesehen. CJ ist der dahinter Shit Ass steckt. Ich meine, er sieht halt literally das gleiche aus. Seid ehrlich. Seid ehrlich. Ja Leute, das war es dann mit dem Video über Hey Shit Ass. Alles, was man über ihn wissen sollte, habt ihr mit diesem Video mitbekommen. Geil, oder? Seid ehrlich. Deswegen, lasst doch gerne jetzt ein Abo da. Über das Video. Schreibt mir gerne einen Kommentar. Kommentare sind nice. Aber das werdet ihr eh gleich nochmal im Intro gesagt bekommen. Eure. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. So eine Art Video habe ich noch nie gemacht. Also mit Only Audio, Bilder, Text, Videos und so weiter. Falls es solche Videos fühlt, lasst mich wissen. Und ja. See ya. Hey. Ich bin CJ. Ich bin CJ. Aber was von der Stimme? Ja, was von der Confidenten. Ja, Confidenten. Confidenten kann ich nicht. Ey, ich bin CJ. Du musst schon ein Cleaner sein. Es muss Cleaner sein. Oh, das war doch Clean. Nein, das war. Man hat nicht mal was verstanden. Kann man auch cleanen jetzt. Okay, okay. Hey, ich bin CJ. Hey Shit Ass. Willst du mich spielen wie ein DREAM? Schau das. Oh, das ist nicht wahr. Oh, das ist nicht wahr. Hey Shades, watch me scare this girl, right there. Check this out. There's no person here. Oh my god, Dream. I'm so sorry, dude. So sorry, Dream. No, no, no. Shades? Where did it go? There's a sign right there. Wait. Free candy? Oh, I love candy. I love candy. Yeah, I love candy. So... Yeah. Oh. All right. Musik